Fabio Eute, Sie haben 4-1 gegen Lausanne gewonnen, aber das war nicht so einfach. Stimmt, ja, im ersten Drittel waren wir ganz klar unterlehrt, aber Lausanne war viel stärker. Zum Glück war Haris Hatteri unglaublich, das ganze Spiel. Der erste Drittel sowieso, der hat es im Spiel gehabt, so mir am Schluss. Glücklich, glaube ich, ein 1-0 geschossen. Ich glaube, dass Lausanne im ersten Drittel viel stärker war als wir. Für dich wieder zwei Tore, das ist gut zu nehmen. Ja, das nehme ich gern, sowieso, wenn wir 4-1 gewinnen, drei Punkte bleiben, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir im zweiten, dritten Drittel besser ins Spiel gekommen sind. Und so haben wir es, glaube ich, am Ende doch irgendwie verdient, sage ich jetzt mal. Herzlichen Dank. Merci vielmals.